Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge City Transport Simulator Tram. Ja, ich würde sagen, wir machen heute Folge 2 dieses Spiels, was sich nach wie vor im Early Access befindet. Ja, ihr hört hier alle mögliche Sounds. Jetzt müssen wir gerade eben schauen, ob, äh, äh, ähm, genau, alles klar. So, ähm, genau, wir haben jetzt noch 25 Sekunden, ehe wir abfahren dürfen. Genau. Und nächste Station wird dann die Baum, Baum-Mauen-Straße sein, 379 Meter. So, wir dürfen abfahren. Dann tun wir das. 20, dürfen wir fahren. So, dürfen wir denn fahren? Ja. Ja. So, ich denke mal, dass wir hier anhalten werden müssen. Ja, da vorne ist der Kreis, an dem wir anhalten. Auf der Weile habe ich es auch gecheckt. Wunderbar. Genau, die Tür wird geöffnet. Ähm, wie geht das jetzt nochmal mit dem, äh, mit dem, ähm, Wie konnte man sich nochmal rauszuholen? Ah, genau, das wollte ich. Genau. Foto machen. Wunderschön. So, dann kann es weitergehen. Nächste Station. Kaiser Park. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. 50. So, hier müssen wir wieder anhalten. Das ist der Kaiser Park. Ach, geil. Funktioniert wunderbar jetzt. Jetzt mit dem Controller. Also, ich weiß nicht, wie ihr das spielt, aber ich spiele das mit dem Gamepad. So, wir haben eh noch jetzt zu verfahren. So, jetzt aber. Nächste Station. Oberer Ring. Au, ich habe die Ampel ignoriert. Entschuldigung, das war keine Absicht. So. So, wir haben die Ampel 50. Dann machen wir das. Beide, weil er die Haltestelle verpasst. So, dürfen wir den jetzt fahren oder nicht? Ich denke schon, ne? Wir haben ja noch keine Ampel vor uns. Aber Poli ja rot ist, aber wir dürfen noch fahren. Aber die ist rot. Wir dürfen jetzt fahren oder? Die Ampel ist rot, aber wir haben ja. Wir haben auch rot. Oder was? Oder wie? Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ampel beachtet. Oh, wir gehen ein bisschen zu schnell. Nächste Station, Ringensteinstraße. Ich fahre jetzt. So, und hier ist die Ringensteinstraße, nächste Station, Hauptbahnhof West. So, und wir beachten. So, wir haben Fahrt. 30. So, wir haben Fahrt. Ja. Stufe 50. Stufe 4, wunderbar. Und gleich wird es 20 kmh. Wir müssen da wieder anhalten. Wunderbar, wunderschön. So, dann dürfen wir fahren. Nächste Station, Hauptbahnhof. Also, Baum und Bahnhof sind wir ein bisschen zu spät, fällt mir gerade auf. Wir dürfen da wie vor, es ist nur 20 kmh. Wir dürfen da wie vor, es ist nur 20 kmh. So, und hier wird der Opbahnhof sein. Ich habe es ja stark von aus. Genau. Wunderschön, wunderschön. Möchtest du die Pausenzeit überspringen? Ja, auf jeden Fall. So, das wäre jetzt wieder die nächste Station. Ähm. Genau. Können wir mal die Tour zurückfahren. Na, ich bin noch ein paar Augen auf. Möchtest du frei. Möchtest du frei. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hoppa noch West Ist er jetzt hier oder? Das ist aber kein Kreis Wir dürfen Ist man hier ruckzuck zu schnell, da muss man echt drauf aufpassen, dass man hier die Geschwindigkeiten einhält So So Wie ist die Ringensteiner Straße? Genau Der Kreis war nämlich gerade am Hauptbahnhof West nicht da So So schließt sich die Tür Signal zum Abfahrt Ist die Station Oberer Ring Löff 30 Straßenbahnfahrer erreiche Level 5 Ja, das haben wir jetzt dann auch erreicht Bzw. hier im Moment So, das dürfte der obere Ring sein Wunderschön Wunderschön So So Nächste Station Kaiserpark Jetzt 20 Haben wir zu erwarten Ich glaube das ist ein Kollege entgegen 150 dürfen wir aber jetzt So Das ist der Kaiserpark So So Wir fahren Türen sind noch nicht alle geschlossen Das sieht ihr an dem roten Licht da rechts So So Jetzt hat es Wenn es diesen GOM gibt Dann sind alle Türen geschlossen Und wir können weiter fahren So 50 So Bauhornstraße Wunderbar So So Ich glaube alle Türen sind geschlossen Dann können wir loslegen Ja Türen sind Lheit Um Und usa 30 Grad immerhin, aber nicht allzu lange. Wunderbar, wunderbar. Strecke abgeschlossen. Sehr schön. Ja, damit endet dieses Video für heute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Peter. Servus und Tschüss.